Gianfranco Parolini ist ein italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor. Leben Der aus einer Bologneser Familie stammende Parolini begann sehr jung seine Arbeit im Filmgeschäft 1950. Bereits war er Schnittassistent bei Roberto Rossellinis Franziskus. Der Gaukler Gottes trat als Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent in Erscheinung und wurde besonders als Regisseur von Italoistern bekannt. Er drehte unter anderem die erfolgreiche Sabater-Reihe. Neben Western arbeitete Parolini hauptsächlich an Historien und Kriminalfilmen. So führte er Ende der 1960er Jahre auch bei vier der Kommissar X-Filme Regie. Seine Filme wurden oftmals aufgrund ihres ironischen Stills und interessanten Figuren als herausragende Unterhaltungsware bezeichnet. 1992 begann er mit der Arbeit an einer Fernsehserie, die wenig Erfolg hatte. Mit einer Reihe von Schauspielern, einige davon ehemalige Stuntmen oder Zirkusakrobaten, arbeitete er häufig zusammen, unter ihnen Brad Harris. Tony Kendall und Nick Jordan, wie viele Künstler des italienischen Films dieser Zeit, benutzte Parolini häufig englische Namen als Pseudonym. Als Regisseur wird er somit auch Frank Kramer. Als Darsteller, er trat in fast allen seinen Filmen in kleineren oder größeren Nebenrollen auf, Frank Little Word oder John Francis Kitt. Als Drehbuchautor Robert F. Atkinson und John Eastwood in den Credits genannt. 2010 entstand der Film Frank Il Legionario über Parolinis Arbeiten. Filmografie 1953 153 François-Ile Kontrapandiere 1961 Herkules im Netz der Kleopatra 1962 Der Kampf der Makabäer 1962 Samson, Befreier der Versklavten 1962 Die letzten Stunden von Pompilie 1963 Die Revolte der Gladiatoren 1964 Die unbesiegbaren Drei 1964 Die Diamantenhölle am Mekong 1965 Johnny West und die Verwegenen Drei 1966 Kommissar X Jagd auf Unbekannt 1966 Kommissar X in den Klauen des Goldenen Drachen 1967 Kommissar X drei Blaue Panther 1967 Die drei Supermänner räumen auf 1968 Sartana Bete um deinen Tod 1969 Sabbata 1969 Todeskommando Panther Sprung 1970 Adios Sabbata 1971 Sabbata kehrt zurück 1972 Vier fröhliche Rabauken 1974 Zwei Schlitzohren in der gelben Hölle 1975 Wir sind die Stärksten 1976 Der Kult Gottes 1977 Yeti Der Schneemensch kommt 1987 Das Geheimnis des Inka-Schatzes Not Vegas written Das Geheimnis des Inka-Schatzes Ist das